I don't want him to find me Ist das jetzt wieder Traumwelt, oder? Ah, würde ich jetzt mal so denken Das war ja vorhin nicht so erbaulich alles hier Okay, was haben wir hier nebenan? So, eigentlich können wir wahrscheinlich hier nur raus, ne? Bisschen rauskrabbeln Oder uns hier hinterher verstecken, sowas Man weiß es nicht So, ich probier mal hier rauszukommen Mal da Kollege, bleibt schön liegen Oh, die stehen alle auf und sehen die alle gleich aus? Ne Er hat nen Bart Au Mädels, was ist denn los? Jo, ihr seid nett, was passiert wenn ich hier reingehe? Killt ihr mich? Nö Okay Was zur Hölle? No sea is dark enough to hide the color of my blood No wind is strong enough to scatter my dreams Achtung Jumpscare Achtung Jumpscare Oder auch nicht Wenn der letzte von ihnen auf dem rauskrabbeln Wenn der letzte von ihnen aufkrabbeln Du wirst Sie will choose Ich werde nicht hier sein, um zu bear witness zu er Weil du mich verletzt hast Aber die Erde wird in die Welt Wer ist? Wer ist? Du bist da, warte! Komm schon, stand up! Wir haben nicht viel Zeit. Wer zum Teufel bist du? Ja. Ja, du fühlst mich. Wir haben nicht Zeit, um alles zu erklären. Ich muss wirklich nicht hier sein. Und das Gleiche geht für dich, wie Ethan. Du musst weg, so schnell wie möglich. Und so unobtrusiv wie möglich. Ich bringe dir deine Kleine. Lass mich nach vorne gehen. Wir treffen uns nach oben. Warte mal. Ich bin ein paar Minuten. Hmm. Du musst sie auf alle Kosten Wenn jemand herausfällt, dass ich dich aus dem Raum rausgebracht habe, dann werde ich nie wieder in einem Krankenhaus finden. Du bist so schön, mich über mich zu beschäftigen. Du bist nicht so schön, Herr Pierce. Wir müssen hier nicht bleiben. Es gibt zwei Menschen, die vor dem Stadern stehen. Das ist die einzige Weg nach dem Boden. Ich versuche sie zu entdecken. Und ich werde einen mit mir mit mir kommen. Alles du musst, ist mich zu folgen, kurz wie die Weg ist frei. Entstanden. Wenn ich hier nicht rausgekommen werde, werde ich wie er enden. Alle zu, ne? Erstmal okay. Achta. Der Gameta-Ressen, da geht's raus vielleicht. Ich weiß noch nicht, wo sie lang gegangen ist. Ob sie hier lang gegangen ist oder da hinten. Aber hier geht's ja dann auch weiter. Was bedeutet das? Bin ich in einem Asylum? Ja, würde ich mal sagen. Scare. Was hat er über das Schild geschrieben? Was hat er über das Schild geschrieben? Was haben sie ihn mit? Was hat er über das Schild? Was hat er über die Schild? Was ist das Schild? Was ist das Schild? Warum hat er das Schild? Warum hat er das Schild? Warum hat er das Schild? Sie erzielt wieder und wieder? Sarah Hawkins ist auf der Liste von verabschiedeten. Jungen, Junge, Junge. Auch zu. Haben wir hier drin? Sieht man nicht. So, alle anderen sind zu. Nice, der Chair. Oh Mann, ey. Okay. Okay, also. Entweder hier oder, ähm. Naja, dann doch, okay. Also, wir versuchen hier rauszukommen. Wupp. Ich würde sagen, dass ich mich überraschend sehen würde, aber wir alle wissen, dass deine Überraschung sein wird. Ja, ich verstehe nicht. Diese Leute brauchen Wettbewerb. Du hältst sie in diesem Terrible Ort, als wenn... Okay, er haut ab und die Jungs... Okay, hier kann man sich verstecken. Gut zu wissen. Achso, wir haben Platzangst, oder was? Klaustrophobie! Okay, wir können auch aber hier hinterbleiben, oder? Gibt das auch? Ja, hier hinter. Okay, also das heißt, falls mich jemand erwischen sollte... So, die zwei Jungs sitzen da. Hm? Ja, das ist, dass wir wiederholfen, aber die Kontroll-Wheels haben nicht wiederholfen. Ich war nur in der Storz-Rüben. Ich kann sie mit dir bringen. Nein, Dr. Fuller will nicht uns beherrschen, die Pressure-Valves. Wie Sie wollen. Ich werde sehen, ob da sind, wenn da sind. Nicht so witzig, ne? So, die Jungs hier, rennen die irgendwo rum? I don't know. Das hier sieht nicht gesund aus. Gucken wir uns trotzdem an. Ich weiß es nicht, mein Junge. Wir haben aber auch jetzt andere Prios. Uh. Francis Sanders. Uh-oh. Ja, das glaube ich auch. Oh man, was ist hier raus? Ist es eine Verbindung zwischen diesem Körper und der Maschine? Der Körper ist komplett. Wer sind diese Läden? Haha, nur von wegen. Komplett. Okay, wir können sie wieder rumverstecken, aber das mögen wir ja nicht. Ich gehe wieder raus. So, also da brutzelt schon mal. Und was kann man jetzt hier machen? Man kann aber, geh mal kurz da rein, oder? Total interessant. Junge, Junge, Junge. Ich kann es jetzt noch nicht beantworten, mein Kollege. Wollen wir mal ein bisschen Strom drauf geben und uns dann vielleicht verstecken. Einfach mal gucken, was passiert. Noch einer kommt. Also hier oder was? Oder hier. I can still increase. Wie können wir es denn increaseen? Alter. Wo geht denn hier das Kabel hin? Follow the cable. Da oben ran, hier lang. Hier rüber. Die Typen sind weg, okay? Da geht es rein. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwann raus, oder? Das ist nicht wertvolle Information für meine Forschung. Kill me! Kill me! Es ist lockt. Wenn du mich nicht killst, wird er ihn. Junge, Junge, Junge ey, wie kommen wir hier raus? Okay, jetzt nochmal. Da oben ging doch dann das Sturm, äh, Exit. Das ist nicht gelesen vorhin. Aber hier ging doch das Kabel lang, oder? Die Tür könnte man zumachen. Die grüne Gas, die hier rauskommt, und es läuft durch das gesamte Gebäude. Das Padlock ist zu kompliziert für mich. Ach komm, Junge. Lass mal kurz gucken. Komm, ob ich schon was machen. Ermittlung, äh, du, puh. Ähm, nee, das war falsch. Nochmal. Vielleicht geht es jetzt? It's no use. The padlock won't give. Hm. This valve controls the pressure. Einfach mal dran drehen. Geh runter. Und du sahst, oder? Nice. Das ist das Zeug in den einzelnen, äh, Zellen, denke ich mal, oder? Hm, was haben wir hier? Da geht's nochmal rauf mit so'n Ding. Das kriegen wir ja auch hier. Ja, Alter, wir haben... Achso, ja, richtig. Wir haben ja wahrscheinlich unser Zeug nicht dabei, ne? Hm. Hm, okay, komm. Auch zu, oder was? Geht runter? Scheinbar nicht. Achso, und dann dreht er sie wieder rauf und zu. Hm, hm. Ah, okay. Flup. Also drehen einfach mal alles runter, ne? So, und das ist schon klar. Okay, also Druck, Druck, Druck. Lass uns nochmal gucken hier. Das ist klar. Tja, wo kriegen wir das her? Surprise, 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 dass das natürlich fehlt. Hm. Nix zum Leuchten. Gar nix da. Also Control Wheel, wo kriegen wir das her? Kriegen wir hier eins abgebaut? Nee, die brauchen wir wahrscheinlich zum Rumtübeln. Shit, wo gibt's denn das? Das ist wahrscheinlich hier drin. Okay, also wir brauchen so ein Wheel. Alter, ey. Ich weiß überhaupt nicht. Nice, ein Map müsste man haben, ne? Perfekt. Okay. Habt ihr hier zufällig so ein kleines Rad für mich? Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Runter. I saw something over there. I saw something over there. Wo ist er? Raus, okay. 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 Alter, das war knapp. Ich riskiere es mal. So, Tür ist zu. Oh, nur eine. Aber beide zu. Okay. Scopolamin-F. Es ist kein solches Ding. Sie haben derivativen von allen kommunalen Medizien. Warte, die Tür ist wieder auf, weil einer reingekommen ist. Jo, weil einer reingekommen ist. Und weil er hier rum geht. Ach du Scheiße. Wo? Ah, okay. Er läuft hier die ganze Zeit rum. Junge, 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 Junge. Shit. Ich hab keinen Plan, wo ich bin und wo ich hin will. Da steht eine Wache. Wie war das mit drüber? Ach so, nur mal so. Wo? Okay. Das ist die Kitchen. Oh. Oh, Scheiße. Der sieht mich nicht und der ist zu doof, oder was? Der sieht mich jetzt hier. Ja, da hinten. Oh, Mann. Nicht so einfach, ne? Er ist weg. Oh, der ist da irgendwo. Okay, alles klar. Hm. Was werden wir gar nicht in die Küche gehen? Was ist das hier? High Voltage. Hm. Kann sich aber nicht umdrehen, ne? Also wieder raus, komm. Kann da halt nicht ewig drin bleiben. Wir sind einmal im Kreis gegangen. Ah, Medizin. Katachin. Sehr gut. Ich könnte dieses Kontrollwiel nutzen, um die Valsen zu verändern. Okay. So, jetzt nochmal die Frage. Wo war der blöde Raum? Was steht da eigentlich dran? Da drüben ist der Raum. Administration. Okay. Ist da irgendeiner drin? Ja. Da sind auf jeden Fall jede Menge Typen drin. So. Oh, ne. Das Kontrollwiel ist natürlich woanders. Shit. Alter, komm. Da hinten rennt einer rum. Exit. Da wollen wir jetzt nicht rein. Ja, sorry. Ist ja auch hier. Ich mach das mal zu, weil... Hier sind ja noch ein paar Leute rum. Vielleicht hatte ich auch hier eben Glück. Ich weiß es nicht. So, Kontrollwiel. Wir können euch hier aufrecht laufen. Zack. Ich denke, die Idee ist, alles runterzufahren, ne? Ja. Glaube ich. Ja. Das Ding ist auch runtergefahren. Und das hatten wir auch runtergefahren, oder? Ja. Oder wir fahren alle rauf, weiß ich nicht. Können wir auch mal ausprobieren. So, da ist ja noch eins. Wie kommen wir da jetzt hin? Was sagt da das Ding? Das zeigt... Ne, ich glaube, wir müssen alles auf... Rauffahren, weil wenn wir das da drehen... Okay, komm. Wir fahren mal alle rauf. Wenn wir da rein müssen, und das da hochdrehen müssen, mal sagen, dann... passiert das, was wir wollen. So, das ist auch unten. Gib mal Gas, mach mal voll. Ja. Das Ding fahren wir auch hoch. So, wir brauchen irgendwie sowas wie Seitenschneider, Brechstange, sowas, ne? Tja, wo kriegen wir das her? Hm, was ist denn hier eigentlich los? So, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, dann würde ich in der Administration sowas haben wie Werkzeug. Aber, man weiß es natürlich nicht. Das ist genau, was ich brauche. Locked. Aber klar. Das geht durch die Küche, oder? Es ist ganz woanders, Alter. Ja, du da, komm her. Ich weiß nicht, was du da machst, aber du bist nicht mit den Universen. Was, was du willst? Sleep. Das ist alles. Sleep? Du willst, was du da machst? Du willst, was du da machst? Nein. Habt ihr gesehen, die Wälder, die Wälder brühen? Ich bin gut hier. Nur für ein Problem. Du willst, was du schlauern, oder? Ja. Und in exchange, ich kann einen Geräusch machen, viel Geräusch. Du hast die Gälder in deine Kälte, um mich zu schlauern. Alles klar. Storage Room, okay, wo immer der sein mag. Puh, shitty shit. Weiter geht's. Hier können wir wahrscheinlich wieder ein bisschen, ja, ein bisschen zwischen, ein bisschen abwarten. Hat da rotes Kabel, sehr gut. An ihm sind wir vorbei. Christ. Alter. Get me out! Don't let me sleep in here! If he does not catch me, I do not sleep. If I do not sleep, I do not see him. I do not hear him. He does not call me. He does not call me. Rotes Kabel, rotes Kabel, sehr gut. Oh, scheiße. Läuft er lang? Okay, hier lang. Es ist der Date. Es ist der Date, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was dieses Date ist. Aber die Kalkulationen, sie sind richtig. Vier Tage, Maximum. Fünf am meisten. Vielleicht hier hinter verstecken und warten. Lecker mit der Rissen und dahin kommt er schon wieder. Oh, da geht die Tür auf. Okay. Okay. Achso, wir können es hier nur verstecken, wie immer. Okay, wieder raus. Komm. Was liegt denn hier an? Also irgendwie da wahrscheinlich müssen wir hier durch. Das heißt, wir warten, bis er hier vorbeikommt und dann düsen wir ab, oder was? Na, kommt schon. Dauert ein bisschen, ne? Da kommt er. Können wir überall nicht rein, ne? Nö. Was ist das hier für ein Shit? Roter, roter, rotes Kabel. Sehr, sehr rotes Kabel. Nice. So, wir sind hinter dem Ding. Was zum Teufel. Okay. Das hätte man mir auch früher sagen können. Shit, einmal rumgelaufen, macht ja erstmal nichts. Boah, ich sag's mal so, äh, kleine Verschnaufspause und dann gucken wir mal weiter, was man hier in der Anschalt machen kann. Hier kann man sich auf jeden Fall gut verstecken, da sucht einen keiner. Okay, also, mehr beim nächsten Mal, okay? Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank.